Ja, Fernsehen machen ist heute einfach nicht mehr einfach. Es ist nicht nur wegen Covid-19. Nein, Amerika, das Zeug, das beschäftigt mich doch auch. Es ist einfach eine düstere Zeit. Klimawandel. Und da drin sollen wir noch eine Comedy-Sendung machen. Krieg, Hunger, Gewalt. Und dann gibt es auch noch die Flüchtlingsströme. Zum Glück gibt es aber das Internet und etwas, das uns heilt. Wenn man es täglich schaut und manchmal auch mit Freunden teilt. Darum sind wir alle Ängste und Depressionen endlich los. Solange wir freien Zugang haben zu Katzenvideos. Katzenvideos. Schau, die Katze, die kumpet zuerst auf die Falle drauf. Und macht sich dann wie ein Mensch einfach selber Türen auf. Und die Katze boxt als ob sie Box-Weltmeister wäre. Und die da ist so mutig und vertreibt so gern Bär. Und schau, auch Büsi, wo könnt bitte Bätti machen, gibt's. Und die da hockt wie ein Yogi, fast im Yoga-Sitz. Und schau, das Büsi da, das ist als Handyhalter top. Und das da macht sich nützlich als Staubsauger-Mopp. Jö, sie sind so herzig. Schau, wie es dort steht. Jö, sie sind so herzig. Und was die alles kennt. In den Katzenvideos. Katzenvideos. Schau, die Katze spielt den Glöckner von Notre-Dame perfekt. Und die wird bald für den Pirates of the Caribbean entdeckt. Wenn die im Schlaf die Büchse balanciert, ist allerhand. Und die läuft auf den Vorderpfoten rückwärts umeinander. Und die kämpft gegen das Krokodil und es bringt sie nüt mal um. Die nimmt es mit einem Fischchen auf im Aquarium. Und die hat etwas gegen all den Plastik-Krischpaus-Schmuck. Und die hebt die Wut gegen die Bürste. Überhaupt nicht zurück. Jö, sie sind so herzig, wie es Tennis-Schauen tut. Jö, sie sind so herzig, wenn sie sich putzen müssen. In den Katzenvideos. Katzenvideos. Schau, die ist wirklich stubberein und gekackt in die Schüssel rein. Und für die da muss nachher sogar der Rand noch sauber sein. Die geht mit dem WC-Papier und hört gerade sparsam um. Aber die räumt wieder auf, weil sie hat Respekt vor Eigentum. Und schau mal, die Katze da tanzt mit ihrem Spiegelbild. Und die da mit dem eigenen Schwanz, wie ein Delvis, ziemlich wild. Und die geht mit dem Twerken wirklich gerade aufs Ganz. Und die da ist ein Freak und übt ihren Psychotanz. Jö, sie sind so herzig, wenn das Glacé-Esset tünnt. Jö, sie sind so herzig, wenn es teilt mit den Freunden. In den Katzenvideos. Schau, das Bössi da kann, wenn ein richtiges Baby lätschen. Das kann, wenn ein DJ profimässig scratchen. Die Katze spielt im Schlaf noch fast bei Mozart am Klavier. Und die verscheucht mit Katzenmusik alle aus dem Revier. Jö, sie sind so herzig, wenn sie spielen mit den Kindern. Jö, sie sind so herzig, auch wenn sie böse, böse sind. In den Katzenvideos. Schau, wie die Katze da in das herzig Mädchen hinein rennt. Oder die, die auch beim Gülerlochen keine Verbalme kennt. Oder die, die schon aufs Reihen bei den Kellerstegen genäuscht. Oder die da, die mit Blumentöpfen auf Gitarristen schüscht. Schau, wie das der nichts macht, das da auf den Kühler fällt. Oder die da, die bei ihrem Sprung zum Feister sind's versägt. Schau, wie die Härt im Neuen spielt. Ein krasser Sturz aufs Gesicht. Oder die, die beim 20-Meter-Sturz nicht mal etwas bricht. Jö, sie sind so herzig, weil sie sieben Leben haben. Jö, sie sind so herzig, weil sie immer spielen wollen. In den Katzenvideos. Abzählen, Böhnen schälen, Katze geht auf alle Sälen. Kommt sie wieder heim, hat sie krumme Bein. Biff, baff, 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 baff. Wann nimmst du das Pöti runter? Ich mag er nicht mehr. Der Scheiss-Video. Nein, der wird ein riesen Hit. Noch mal. Los. Abzählen, baff. Wann schon, nur mit diesem Pöti. Dann sichern über das Kreuz. Was hat der für ein Problem? Wer ist der? Ah, da ist der Herr Hitzig. Den kannst du ignorieren. Also gut, komm, wir machen es nochmal. Okay. Jetzt aber richtig, los. Abzählen. Aber eben nicht über das Kreuz, sonst ruft der Herr Hitzig wieder rein. Also jetzt aber richtig. Abzählen, Böhnen schälen, Katze geht auf alle Sälen. Kommt sie wieder heim, hat sie krumme Bein. Biff, baff, baff, baff und du be... Oh, verdammt, was ist ich? Was ist jetzt los? Du hast mich da gekämpelt. Ich habe dich fast nicht berührt. Mal, schau mal, es blutet ja. Hä, was hat der andere? Was? Ich habe nichts gemacht. Was, nichts gemacht, nichts gemacht? Weisst du, wenn ich so... Hä? Ich habe nichts gemacht, nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, ich kann einfach anzählen, Böhnen schälen... Du hast mich gekämpelt, so. Ey! Wolltest du jetzt dieses Katzenvideo machen oder nicht? Natürlich möchte ich das machen, aber dann machen sie auch richtig mit. Also, anzählen, Böhnen schälen, Katze geht auf alle Sälen. Kommt sie wieder heim, hat sie krumme Bein. Wieso hörst du jetzt auf? Möchtest du dich bei? Hö! Es hat mir eins reingezwickt, die Pfote. Es hat mir eins reingezwickt, das sind doch faule Ausreden. Nein, es hat mir eins reingezwickt. So wären wir auch nie berühmt im Internet. Das ist doch mir gleich. Dann mache ich es halt mit einer anderen Puzzle. Jö, sie sind so herzig, sie machen Freude und Mut. Jö, sie sind so herzig, sie tun uns einfach gut. Die Katzenvideos. Zum Glück gibt es Internet und etwas, was uns heilt. Die Katzenvideos. Wenn man es täglich schaut und auch mit Freunden keilt. Katzenvideos. Drum sind wir Angst und Depressionen endlich los. Katzenvideos. Und das ist es also wieder mit unserer Corona-konformen Sendung am Arosa Humor-Festival. I fly me of the summer.